Ich kussel durch die Dezember-Sonne, das ist doch wahrlich eine Wolle. Aber hast du nicht gesagt, der Weihnachtsmann bringt die Geschenke mit dem Schlitten an? Wie soll der ohne Schnee entfahren? Kannst du mir da mal eine Lösung vorschlagen? Dann mach mir einfach an den Schlitten rollen. Geht alles, da musst du es nur wollen.